Nachdenkseiten Die kritische Website Die gezielte Verblödung von Medien und Publikum schreitet voran. Ein Artikel von Albrecht Müller Heute erschienen diese Meldungen und Abbildungen als Top-Meldungen auf der ersten Seite der Rheinpfalz. Basis ist eine Meldung von dpa. Die Hauptbotschaft ist belanglos. Die CIA sehe gute Chancen, russische Agenten anzuwerben. Ist diese Meldung von irgendwelcher Relevanz für sie, für ihr persönliches Leben oder für unser politisches und gesellschaftliches Leben? Es ist grotesk, was man uns hier zumutet, wie die Nachdenkseiten übrigens schon heute früh am Beispiel einer anderen Meldung gezeigt haben. Ich verweise hier auf den Artikel Russische Monster – Wo ist die Objektivität geblieben, Frankfurter Rundschau? Der Beitrag ist im Schrifttext an dieser Stelle verlinkt. Solche Meldungen dienen dem Feindbildaufbau und damit der Kriegsvorbereitung. Sie dienen der Verbreitung von angeblichen oder tatsächlichen Kriegserfolgen und der positiven Verklärung der USA und ihrer Agenten. Doch hören wir uns den Beitrag der Rhein-Pfalz vom 3. Juli 2023 an. Zitat CIA sieht gute Chancen, russische Agenten abzuwerben. Der Ukraine-Krieg hat nach Einschätzung des US-Auslandsgeheimdienstes eine zersetzende Wirkung auf die russische Führung unter Präsident Wladimir Putin. Die Enttäuschung in Russland über den Krieg bietet der CIA neue Möglichkeiten, Geheimdienstinformationen zu sammeln, sagte CIA-Direktor William Burns laut BBC auf der jährlichen Vorlesung der Ditchley-Stiftung in der englischen Grafschaft Oxfordshire am Samstag. Eine Woche nach der gescheiterten Revolte der Söldnergruppe Wagner in Russland. Diese Unzufriedenheit schafft eine einmalige Gelegenheit für uns bei der CIA, sagte Burns mit Blick auf die Rekrutierung von Agenten. Wir werden diese Chance nicht ungenutzt verstreichen lassen. Unser Bild zeigt die Kuppel des Senatspalastes im Moskauer Kreml. Zitat Ende der dpa-Meldung. Die Meldung erschien nicht nur in der hiesigen Regionalzeitung, sondern auch in einer Fülle von anderen Medien, im Fernsehen, im Hörfunk und in Printmedien. Unter anderem griffen diese Meldungen der Spiegel, das ZDF, die ARD, die Frankfurter Rundschau, die Süddeutsche Zeitung, der MDR, der RBB, diese Meldung auf. Im Anhang des Schriftbeitrages finden Sie zahlreiche Verlinkungen anderer Veröffentlichungen auf Basis dieser CIA-Meldung. Wenn wir Sie, liebe Leserinnen und Leser der Nachdenkseiten, auf solche Vorgänge aufmerksam machen, dann verbinden wir damit die Bitte, Menschen in ihrem Umkreis auf diese Propaganda- und Manipulationsvorgänge aufmerksam zu machen. Die meisten Menschen schauen über solche Vorgänge in den Medien einfach hinweg, nehmen die Botschaft vermutlich in sich auf und werden damit zugleich Opfer und Mittel der Propaganda. Bitte helfen Sie, damit diese gezielte Manipulation und Verblödung nicht funktioniert. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie im Text auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.